Wir von geplanten machen Fleisch aus Pflanzen. Dazu haben wir 2019 gegründet und haben daher konsequent die Forschung und Entwicklung auf der Produktionsseite, aber auch auf der Datenseite gesetzt. Wir verwenden dazu viel Data Science und auch AI, um die besten Resultate hinzubekommen für unsere Konsumentinnen und Konsumenten. Dafür brauchen wir starke, innovative Partner wie Microsoft, die mit uns Entwicklung und Innovation, aber auch die Effizienz voran bieten. Die Umwandlung eines Unternehmens in eine datengesteuerte Organisation ist ein komplexes Unterfangen. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Lösungen von Microsoft die richtige Wahl sind, um uns auf dieser Reise zu unterstützen. Wir sehen ein grosses Potenzial für Planted in der Entwicklung von AI-Produkten, basierend auf Azure OpenAI. Es hilft uns, alltägliche Aufgaben effizienter zu bewältigen und erleichtert die Informationssuche für innovative Prozessentwicklung. Um Abläufe effizient und skalierbar zu gestalten, setzt Planted auf innovative Lösungen von Microsoft. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.